Der russische Präsident Wladimir Putin hat betont, dass Russland kein Interesse daran habe, weiteres Territorium zu erobern. Die russische Offensive in der Ukraine sei, so Putin, kein Territorialkonflikt, und das möchte ich klarstellen. Vielmehr gehe es beim Angriff auf die Ukraine um Prinzipien, wie Putin auf dem Valdi-Forum in Sochi betonte. Russland ist das flächenmäßig größte Land der Welt, und wir haben kein Interesse daran, weiteres Territorium zu erobern, so Putin. Demnach versuche Russland in der Ukraine nicht, ein regionales geopolitisches Gleichgewicht herzustellen. Vielmehr gehe es um Prinzipien der neuen internationalen Ordnung. Putin kritisierte zudem den Westen und betonte, dass die Verweigerung eines Gleichgewichts in der Welt die Ursache für Konflikte sei.